Hallo an alle, Jurek hier vom Pflegekanal. Willkommen zum neuen Video. Also mit dem letzten Video haben wir über das Thema Rheuma im Allgemeinen gesprochen. Heute will ich mehr ins Detail gehen und über die Einteilung und die Symptomatik der bestimmten Krankheiten sprechen. Dieses Video wird präsentiert von hygienebeauftragter-online.de, der Online-Akademie, wo ihr ganz flexibel eine Ausbildung zum Hygienebeauftragten machen könnt. Auf der Seite www.hygienebeauftragter-online.de findet ihr nützliche Tipps zum Thema Hygiene und könnt euren nächsten Karriere-Schritt als Hygienebeauftragter planen. Mit dem Code Pflegekanal50 bekommt ihr 50 Euro Rabatt auf eure Ausbildung. Nochmal zur Einteilung. Wie werden die rheumatischen Erkrankungen eingeteilt? Also wir haben entzündliche rheumatische Gelenkerkrankungen und wir haben degenerative rheumatische Gelenkerkrankungen. Fangen wir mit den entzündlichen rheumatischen Gelenkerkrankungen an. Wie sehen die Symptome aus? Sehr charakteristisch für diese Krankheit ist der Ruheschmerz. Die Entzündung dringt langsam in die Gelenkinnenhaut. Anfangs kommt es dann zu schmerzhaften Gelenkergüssen. Die Gelenkkapsel wird instabil. Mit der Zeit wird das Gelenk zerstört, verformt sich und der Knöchel versteift. Bei den degenerativ rheumatischen Erkrankungen sehen die Symptome anders aus. Also da haben wir die Schmerzen, die Schwellung und die Muskelverspannungen. Das führt zu Bewegungseinschränkungen und zunehmende Verformung der Gelenke. Das wird in drei Stadien eingeteilt. Im ersten Stadium haben wir belastungsabhängige Schmerzen und Muskelverspannungen. Im zweiten Stadium haben wir Bewegungsschmerzen in den betroffenen Gelenken bei passiver Bewegung. Bei aktiver Bewegung sind die Schmerzen in den Muskeln. Dann haben wir den Einlaufschmerz in den unteren Extremitäten, die sich zurückbilden nach wenig Bewegung. Sehr oft habt ihr das bestimmt im Heim gesehen, ihr kommt morgens zu einem Patienten und er schreit vor Schmerzen. Eine halbe Stunde später läuft er ohne Probleme den Gang entlang und klagt über gar nichts. Im dritten und letzten Stadium haben wir die Ruheschmerzen und die betroffenen Gelenke versteifen zunehmend, verformen sich und werden ziemlich instabil. Was ist bei der Pflege von Menschen mit Rheuma zu beachten? Hauptbeschwerden bei Personen, die an Rheuma erkrankt sind, sind die körperlichen Beeinträchtigungen und dauernde oder dauernd wiederkehrende Schmerzen und Gelenkschwellungen, die dabei entstehen. Dazu kommt es zur Verminderung der Kraft und der Feinmotorik, Müdigkeit, schlechte Belastbarkeit sind die Resultate von dem. Dazu kommt noch ein psychisches Ungleichgewicht. Also man kann sich das so vorstellen, wenn man ständig unter irgendwelchen Schmerzen leidet und der Schmerz kommt und geht, kommt und geht, da schwenkt auch die, wie soll ich sagen, das Wohlbefinden des Menschen. Die Laune ändert sich rapide und das kann zu psychischen Belastungen, psychischen Störungen führen. Wenn dieser Mensch dann noch kein Verständnis dafür hat, dass es sich um eine Krankheit handelt, dann kann es auch dazu kommen, dass der denkt, okay, warum werde ich auf diese Art und Weise bestraft? Das sind halt alles so Dinge, die man berücksichtigen sollte, wenn man jemanden pflegt und wenn der halt diese schlechte Laune hat, dann kann man auch Verständnis zeigen und man kann das mit der Krankheit verbinden und wissen, okay, der hat jetzt schlechte Laune, weil es ihm im Moment schlecht geht. Ziel der Pflege ist es, die Unabhängigkeit dieser Menschen zu erhalten. Man muss Verständnis zeigen, Empathie zeigen, mit Fingerspitzengefühl arbeiten, schauen, wo die Grenzen des Betroffenen sind, was kann er oder was kann er nicht, wo muss ich eingreifen, wo kann ich ihn fördern und ihn, sage ich mal, dazu bewegen, dass er es selbst macht. Welche Hilfsmittel braucht er, welche Hilfsleistung braucht er von meiner Seite? Sehr wichtig ist es auch, interdisziplinär zu arbeiten, also mit Ärzten zusammenarbeiten, mit Therapeuten, diversen Therapeuten zusammenarbeiten, bei der Auswahl der Hilfsmittel, professionelle Mitarbeiter ins Team holen, ins Boot holen. Also das sind alles wichtige Sachen, die man berücksichtigen sollte, wenn man einen Menschen, der rheumatisch erkrankt ist, pflegt. Nun, wie sieht die Pflege in Akut- und Anschlussphasen aus? Unterstützung ist bei allen Aktivitäten notwendig, die muss man auch leisten können. Aufklären über die Situation und die Aussichten ist auch sehr wichtig, dass der Mensch weiß, in welche Richtung es geht, was hat mich da jetzt erwischt. Dann die Belastung nach einem Krankheitszustand ist sehr hoch, da soll man auch wirklich sich damit befassen und achten, okay, wie kann ich ihn jetzt belasten, dass es nicht zu viel wird, dass es trotzdem so aussieht, als würde er viel selbstständig machen. Dann Bewegungsübungen sind sehr wichtig, um die Beweglichkeit der Gelenke zu erhalten. Eine Psychotherapie könnte man vorschlagen oder eine Gruppentherapie, was den Betroffenen auch helfen kann. Achten auf Komplikationen und diese vermeiden, wie zum Beispiel ein Dekubitus oder Kontrakturen, die dadurch entstehen können, durch eine Schonhaltung zum Beispiel. und die Bedarfsmedikationen, die Hilfsmittel nutzen, die man hat, den Betroffenen halt schulen und ihm erklären, wie und was da alles noch vor ihm liegt und was da noch zu erwarten ist. Nun, ich hoffe, das Video ist interessant gewesen und nutzbar für euch. Wenn euch das Video gefällt, dann bitte den Like-Button drücken, unter dem Video in den Kommentaren reinschreiben, was ihr vom Video hält oder was für Erfahrungen ihr gesammelt habt in der Pflege, was die Menschen mit Rheuma angeht. Und letztendlich, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, bitte abonniert den Kanal, dann seid ihr immer auf dem Laufenden. Ich danke für eure Aufmerksamkeit, wünsche euch eine gute Zeit und bis zum nächsten Video auf dem Pflegekanal.